der 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 ok willkommen bei star menschen und du wirst du mir war nicht stehen geblieben und wir müssen die dritte welt hier machen auch wir haben den zweiten stellen letzten part gemacht ok dann heißt das was man wo ging geht es denn lang wäre am besten wenn wir uns hier mal kurz umschauen stadt erkundung den zettel haben wir schon gelesen hier mit dem dreifach sprung nach oben das ist aber alles bereits schon nur der der dumme mario muss das jetzt ausführen und perfekte marie so alle tut mir leid leute ich muss mich jetzt mal hier rein gewöhnen hier zwar nämlich an einem anderen tag aufbau bin ich behindert oder es ist einfach einfach weil einfach einfach ist meine freunde so dann gehen wir hier ein ich glaube rechts geht es lang oder es müsste ich ja lang gehen oder weil ich habe hier was gesehen und da da könnte es lang gehen und ihr könnt auch ein stern sein eigentlich und ja da ist auch ein anderer weg und da ist ein niger was was ist schluss was ist warte mal ich glaube das nicht so ganz jetzt weiß ich schon was man von mir verlangt wird ich muss genau hier auf die rutsche treffen und zwar nicht so wie soll ich das erklären das ist schwierig zu erklären und zwar musste ich auf diese rutsche hier drauf und dann zu rutschen und damit diese speed hier nehmen besser gesagt so warte mal ist ja gleich hier der stern habe ich ihn gerade gesehen ich habe ihn glaube ich gesehen hier das ist der nicht das kann er gar nicht sein okay falsch ich jetzt was geschafft aber kommt man nicht so rüber hier ne kommt man nicht ne boah das ist so blöd okay jetzt nur noch eine kleine siegt mir ist eine ein kleiner zentimeter das kann man doch kriegen hey wieso hat er keinen ansprung gemacht das kann ich überhaupt nicht mal was machen manchmal hier sich erlaubt der macht einfach nicht was er will oder er macht einfach nicht was er soll er soll das machen was ich ihm befehle er ist mein sklave ne ich schätze aber er sollte mal echt mal auf mich hören weil sonst passiert ihnen wieder was schlimmes er kriegt in den treibsand er stirbt er wird zerfetzt er wird das ist ja schon ein spiel aber 18 meine freunde das ist ja das neue prinz of persia nein es ist nicht meine freunde wer labert mit prinz of persia ja ich bin dumm ich bin dumm ich weiß meine freunde ich bin dumm so geht er hoch man das ist so scheiße das ist so scheiße das kann man nichts sagen wobei jetzt krieg sind warum eine gescheite sicht eigentlich welche sicht wird sich am meisten hier lohnen die hier nicht wirklich oder wobei ich glaube schon ne die ist die scheiße sicht meiner meinung nach es kann nur mit dieser sicht hier gehen und das das wird jetzt mal schwierig meine freunde das wird schwierig komm mario 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 wobei könnte ich da nicht mit einem dreifach sprung machen oder so ja das wird erst mal erst mal schwierig ich will es doch endlich schaffen man da ist glaube ich schon eine stern oder so was ist los das ist so blöd gemacht das muss man schon so sagen das ist so gut durchdacht einfach das ist so geil durchdacht wo ist das eine rotze einfach das ist so gut durchdacht meine freunde okay ich glaube von hier aus und von hier aus würde ich bekommen ja das kriege ich von hier aus locker hin ich muss etwas aufpassen hier ich darf nicht zu weit nach vorne und auch nicht zu weit ja nach hinten ne ich dürfte eigentlich gar nichts machen meiner meinung der sache nach aber jetzt bin ich hier oben ja aber der fliegt hier gleich hin boah das ist so eine scheiße das ist so blöd gemacht das muss man schon so sagen das ist so blöd jetzt komm geht er hoch jetzt komm geht er hoch äh kriegst mit einem dreifach sprung hin du dreckiger nigger boah das ist so blöd kriegst du dreckst fisch verpiss dich du scheiß feuer boah das ist so das ist so scheiße verpiss dich du scheiß feuer jetzt habe ich besten 6 date boah komm mach deinen dreifach sprung du pisser boah ist das ein pisser ne das könnte perfekt sein warte mal oh man oh man oh man oh man oh man oh man perfekt so das kriege ich eigentlich hin das müsste eigentlich klappen das musste passen oh man jawoll ich war hier glaube ich 5 minuten hier und ich habe schon gedacht dass das eine rotze ist du fetter Huren boah ich könnte jetzt so durch die Gegend schreien oh meine goede ich muss mich jetzt erstmal hier richten wie ein richter im rollstock du drecksviech so wo geht es hier weiter boah ich muss mich erstmal hier besser umschauen hä wo geht es weiter geht es hier weiter oder soll man dort nicht hin warte mal das könnte jetzt irgendwas machen wobei ich glaube man sollte einfach hier entlang gehen ja okay das ist eigentlich überhaupt nicht schwierig meiner meine nach das kriegt man eigentlich locker gebacken so hier geht es noch weiter das ist wiederum eine rotze das ist wiederum eine rotze so geht es rechts lange überhaupt ne rechts geht es gar nicht mehr lang oder war da ne da geht es gar nicht lang boah die roten Münzen die werden so Hammer die sind so schön für die ganze Familie ähm ah warte mal ich kapiere das etwas ja so ist es perfekt meine Freunde so ungefähr das muss man so machen ja okay das passt mit dem dreifach sprung das hier so das ist kein Ding hä wo muss ich jetzt hin wahrscheinlich dort drüber einfach nur ganz aber da ist eine rote Münze super toll super toll boah das ist das ist blöd boah mach doch den scheiß Wandsprung man boah der ist so blöd manchmal für diesen scheiß Wandsprung und jetzt hat sich mein Laptop kurz aufgehangen meine Güte ist das eine rotze was soll die scheiße das ist doch blöd boah jetzt kommt auch noch die scheiß Meldung die eigentlich hier gar nicht kommen sollte wenn ich genau hier bin boah das ist so behindert das ist so scheiße gemacht muss man schon so sagen häuser walljumps vom feinsten boah du scheiß klempner ey ich schieb mein klempner dick in dir rein du drecksviech boah mach doch den scheiß Wandsprung man du drecks du scheiß klempner man geh wieder Rohre verlegen man aber nicht das hier du kannst kein du bist kein Held tu nicht auf Heldenspielen bitte ich weiß dass du heimlich mit Karotten gehst so meine Güte das ist doch nicht schwierig man wieso macht er seinen Schwandsprung nicht ich kann es eigentlich unendlich so weitermachen meine Freunde das ist kein Ding boah der ist so blöd der Mario ne der ist so geistig zurückgeblieben dieser Mario hier boah komm du willst mich doch verarschen das ist so klein gemacht hier du verfickter Hurensohn du 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 boah 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 ich muss mich hier so konzentrieren bei diesen scheiß Wandsprungen hier boah das ist mittlerweile das eine der scheißesten Parts hier und ich habe überhaupt kein Skill ich weiß ich weiß ich habe auch nicht wirklich ein Hardcore Egg gespielt muss ich so sagen ich habe auch kein Kaiser Mario 64 gezockt ich hab gar nichts gezockt kein SM64 äh SM74 Extreme Edition einen Scheiß hab ich gezockt und jetzt habe ich es verdient dass ich es nie gezockt habe hier die Qual meines Lebens die Qual meines Lebens da 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 und ich musste auch unbedingt diesen schwierigsten Hack äh finden natürlich oh ja jawohl boah boah wie komme ich jetzt weiter was was ah ich glaube jetzt weiß ich schon wie wieder mit diesen Dreckswand springen aber diesmal muss ich das höher machen okay diesmal muss ich das eigentlich viel besser so machen ja okay das kriege ich eigentlich hin hä was soll denn das so meine Güte ist das eine Rotze boah da habe ich ja noch eine größere Rotze hier gesehen Alter komm komm schon boah ist das eine Scheiße komm jetzt halt mach doch dein Scheiß Mann Schwung du dreckiger Ficker scheiß Klempner aber die Musik ist geil boah ist das eine Scheißgele boah ich könnte den so in die Fresse schlagen der diesen Hack gemacht hat ich weiß sogar wer das gemacht hat hier oh man oh man oh man was soll das no no da 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 du 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 boah dieser Hack hier der macht mich hier wahnsinnig boah komm jetzt geht du du scheiß Wandspruch macht er nie Gibt es eine grenzwertige Anzahl an Wandsprünge hier oder bilde ich mir das nur ein Alter weil der will manchmal sein Ding nicht machen und perfekt nein du du scheiß Sting oh ne verfickter Hurensohn meine Fresse ist das ein verfickter Bastard so meine Güte hier boah was muss ich jetzt hier machen ah ok ich sieh ich schon hä was soll ich hier machen boah ist das ne scheiße boah ist das ne scheiße okay das ist eigentlich gar nicht so schwierig wenn man es so sieht boah ne du Wurensohn ne du Wurensohn alter boah hatte ich so ein Schiss dass ich jetzt echt gestorben wäre hier komm schon lass jetzt den Stern hier geben ey gib mir diesen Stern endlich ich habe ihn doch verdient oder nicht oder nicht also ich finde ich habe ihn verdient egal was alle anderen sagen ich bleibe zusammen hä was muss ich jetzt machen man warte komm ich da locker hin eigentlich eigentlich schon eigentlich das ist gar nicht mehr so schwierig äh so boah boah wie macht man diese Scheiße hier jetzt hä boah boah will der mich farschen hier boah wie soll man das hier machen boah ist das ne scheiße einfach boah 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 ich überlege mal lieber ich überlege mal meinen Verstand hier so wie komme ich darüber am besten boah kann ich jetzt einen schönen Winkel abpassen oder muss ich das so machen wie das gesagt wird das gehe ich eigentlich locker bis hier hin aber dann ist es ein Hurensohn Das wird schwierig Eigentlich legt man das locker bis hier hinten Oh, perfekt, perfekt Nö, nö Ja, gib mir die Münze her Toll, super So, hilf mir, meine Fresse Schaffe ich deswegen den Goomba jetzt nicht mehr, oder? Ne, das kriege ich auch so hin Oh, Mann Das, ich weiß, wir wissen aber wenigstens, wie das gemacht wird Das heißt, das ist gar nicht so schwierig Eigentlich nur eine Frage der Technik und der Geduld, ne, meine Freunde Wenn ich jetzt überhaupt keine Geduld habe, dann ist es aus für mich eigentlich Aber ich werde schon Geduld haben müssen Wenn ich schon diesen Egg hier spiele, ne, meine Freunde Besser gesagt, Let's Play ja auch noch Oh, mein Gott Ja, ich bin verrückt, Dude Ich bin verrückt, Dude Sagt's mir nicht ins Gesicht, ne Boah, was ist das für eine Scheiße Wieso werde ich so weit geschleudert hier Boah, ich will jetzt endlich diesen Stern hier haben Ich will jetzt meinen verdienten Stern haben Egal, was die Leute sagen Ich bleibe Boah, warte mal Boah, wie scheiße ist der Stern Aber ich erinnere mich an gar keinen Stern hier Ne, du Wurensohn, Alter Aber auch wenn ich dort gelandet wäre, wäre ich gestorben Das ist scheiße Ich muss aufpassen Ich muss genau aufpassen Warte mal, ich habe eine schlaue Idee So könnte ich mich retten Und mich da rauskatapultieren Oh nein Boah, das war so eine geile Idee Das ist immer noch eine geile Idee Das ist so eine geile Idee Boah, ich habe so eine geile Idee gehabt Hier an die rechte Wand zu klatschen Und dann Mit dem Wandsprung dahin Und dieser Wenn dieser Hurensohn nicht wäre Dann, dann hätte ich es geschafft Denn das ist eigentlich gar kein Ding mehr eigentlich Jetzt habe ich schon mal die Hälfte Habe ich schon mal herausgefunden, wie das geht hier Das ist eigentlich kein Problem mehr Kein Problem mehr Boah, ist das ein verfickter Ficker, Alter Du scheiß Flamme, Alter Du Drecksflamme Boah, wieso hasse ich dich so sehr Würde er ja nicht so weit Würde er ja nicht so viel sitzen Dieser fette Mario Dann würde ich auch Schon längst den Stern haben Aber der Wichser ist ja nur Klempner hier Boah, klempner hier nicht Hier rum, Alter Boah Der macht, was er will Der, der ist dreckige Mario Der dreckige Danny Oh, Mann Ist das eine Scheiße hier Boah Hätte ich mir nicht so ein Leben oder so Warte, wie viel braucht ein Flammen Der braucht drei, ne Boah, diese rote Münze hier Die ist auch Boah Oh, ich glaube Dieses Level wird mich so umbringen Boah, jedes Level hat mich sowieso umgebracht Aber ich bin ein Mann Ich stehe zu meinen Worten Wenn ich da Oh Warte mal Das ist so Warte mal Das wird schwierig Das weiß ich Meine Frise Soll ich hier speichern? Boah, das ist so Behindert, Alter Hätte dort speichern müssen, Alter Komm, Alter, go Speichern Oh Jawohl Ich sehe überall Dinge, Alter Hier ist ja zum Glück nicht überall was Das hoffe ich zumindest, dass hier nicht so schlimm ist Boah, wie soll man das denn hier überleben, hier Okay, das ist eine Rotze Das ist erstmal eine Rotze Boah, wie soll ich das hier schaffen? Ich darf nichts verlieren Das ist doch blöd Das kann man doch Das ist doch beschiss, Alter Boah Was habe ich hier irgendwo ein Hilfsmittel Oh Ich habe einen Chakya hier Oh mein Gott, wieso habe ich den die ganze Zeit nicht erwähnt, hier Kann mich auffallen, nicht dumm Kopf Boah, gib mir die scheiß Münzen, du Fick Du fetter Scheißvogel Boah, gib mir die Münze her Drecksviech So Jetzt ist mir eigentlich egal, ob ich getroffen hätte oder nicht Ich überlebe ja noch wenigstens Also wenn ich jetzt natürlich in die Wie heißt das Gift hier? Ne, wie, ich nenne sie mal ein Gift Oder ist es Streibsand oder so? So Hier bleibt er mal stehen, hier Boah, du du Bock, Alter Jetzt doch geschafft, Mann Boah, das ist so ein verfickter Klempner, ne? Nicht so ein Klempner-Kock, Alter So Boah, jetzt geht es hier ab Boah, warte, was ist das für eine scheiß Sicht, Alter Boah, lass hier den Stern sein Immer noch nicht! Oh Mann, wie viel Was muss ich denn noch für einen Stern machen? Oh mein Gott, was muss ich noch für einen Stern machen? Boah, ist das eine scheiße Was? Aha Boah, 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 da Das heißt, ich muss es von hier aus machen Boah, warte, was ist das? Das ist blöd Was bringt der Schalter? Boah, ist das eine scheiße Boah, das kriege ich eigentlich locker hin Das ist kein Ding eigentlich Das ist eigentlich nicht mal so eine schlechte Idee Das finde ich mal geil gemacht Das finde ich mal echt geil gemacht Das finde ich cool gemacht Das, 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 da gibt's, da gibt's Props erstmal Nicht dafür, nicht dafür, du scheiß Klempner Dir hab ich keine Props gegeben, du Nigel Boah Was der? Was? Ey, was? Was muss ich hier noch weiter benutzen, oder? Brauch ich die Plattform noch? Warte mal, ich kapier das nicht so ganz Wai, mach jetzt Mario, 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 Mario So, hier WTF? Wo bin ich? Was eigentlich mies sein kann, dass man es hier verstecken könnte Meine Fresse Nee, ich musste jetzt schnell sein Und dann vergewaltig deine Oma Mit dem Schallcock, Alter Mit der Cockschelle hier Okay, wenigstens hier Gibt's einen Block Und einen Schallcock hier zum Heilen Okay, wie kommt man da hin? Okay, das kriegt man eigentlich hin Das kriegt man eigentlich locker hin, meine Freunde Das ist gar nicht schwierig Komm schon, halt dich fest dann Perfekt Boah, wie viel muss man denn noch für einen Stern machen? Boah, meine Fresse Ist das eine Scheiße Habe ich jetzt endlich den Stern oder so? Bitte Ich lasse den Stern hier sein Boah, meine Fresse Was ist die Stadterkundung? Oh man Oh man Soll ich noch was machen in diesem Part oder nicht? Meine Freunde Ich weiß es nicht Wir schauen mal, was der nächste Stern ist Wenn wir vielleicht wissen, wo der vielleicht sein könnte Oder der nicht so schwer ist Toxische Inseln Vielleicht, wenn wir den jetzt schnell finden Wenn nicht, dann machen wir es im nächsten Part Und zwar, wenn wir es jetzt finden Also, ich suche jetzt mal hier Hey, listen Ja, das haben die von Zelda Also, Bro So, warte Wir schauen uns mal hier genau um mir Das war hier der Dreifachschwung Der muss hier sein Anders geht es hier gar nicht So, perfekt Du Mardi Ja, aber das kriegt man nicht locker ihn Dazu muss man eigentlich kein Ding machen So, was ist mit der toxischen Inseln gemeint? Was meine damit? Boah, halt die Schnauze jetzt Ist es dann Was ist Insel? Ähm Ich weiß jetzt immer noch nicht, was gemeint ist hier Boah, du Viech Boah, verpiss dich jetzt Ne, fick dich, fick dich, fick die Henne Äh, ich weiß immer noch echt nicht, was damit gemeint ist Ähm Boah, du Gemüse entlei Ich will da jetzt nicht dahin Ey, ich will jetzt irgendwo hin Boah, ist da hier ein Chucky Und Stern Chucky Nein Nein Ist doch klar, dass er mich jetzt hier abwirft Dieser verfickte Scheiß Chucky Boah, ich will dich umbringen Komm her Wieso muss denn jeden Eck dabei sein In jeden guten, eher gesagt So, ist das die toxische Insel Oder ist das da oben gemeint? Weiß auch nicht, was da oben ist eigentlich Hä, wieso bin ich jetzt hier Wieso bin ich da eigentlich ins Lava Äh Oh, Lava Wie nennt man das jetzt? Dich nennt's mal Nigga WTF Wie soll man eben? Ah, okay, die ist eigentlich leicht Und zwar Ich weiß schon, wie die gemacht wird So, wo ist denn die toxischen Inseln? Meine Freunde Was ist da links? Ich glaub schon, dass er damit ist links gemeint Boah, es könnte eigentlich rechts gemeint sein Weil wir rechts, äh links schon, glaub ich, gegangen sind Ja, wo sind wir eigentlich lang gegangen? Rechts oder links? Ich weiß es nicht mehr Ah, das war ja unmöglich So zu sehen Boah, du dreckst Schakker Hier, ich habe dich Das ist eine rote Mütze Und hier geht's eigentlich weiter Dann gehen wir auch mal hier gleich weiter Boah, ich will da weiter einfach nur Ah, da ist noch weiter, Ding Ähm, hier geht's weiter Waren wir hier? Ich glaub, hier waren wir nicht Ne, hier waren wir gar nicht What the fuck? Was passiert hier? Wo ist der Stern? Ich sollte, glaub ich, alles schnell hier machen Das sind die toxischen Inseln Das ist damit gemeint Okay Boah, warte mal Lucky to camp Glaub ich, besser hier eingestellt Das muss man in so schneller Zeit machen Glaub ich mal jetzt Äh, das muss man so schnell machen Das krieg ich eigentlich noch hin Das ist eigentlich ein Stern Schneller Stern Boah, warte mal Das ist etwas schwierig Das alles zu Speedwannen Boah, das kriegt man nicht hin Ich muss jetzt hier speeden Speeden Jetzt kommen meine Freunde Das ist nicht Das ist ein Stern Der eigentlich ganz normal ist Würde ich mal so sagen Der ist eigentlich gar nicht mehr so schwierig Bis jetzt Okay, bis jetzt Okay Weiß ja nicht, was jetzt noch dazu kommt Okay, warte mal Ich Versuche mal mit der ganze Zeit Pause zu arbeiten Und zwar mit 6 Sitz und Pause Meine ich Okay, das habe ich verfehlt Mit dem dreifach Sprung Ich wollte jetzt einen Treffersprung machen Und hopp Bach Das war jetzt auch wieder Timing Fail Ich habe viel zu früh angefangen Und zwar jetzt Ne, ist auch verfehlt Etwas früh war das noch Aber jetzt ist es perfekt Meine Freunde Hä, wieso ging das jetzt nicht Ich glaube, ich hatte nicht zu viel Speed Doch Immer noch nicht Ich brauche den Speed Boah, warte mal Das ist schwierig Das ist schwierig Das ist eine Rotze Soll ich das Geld von den Gumbas nehmen Oder so Ja, die Münzen Komm schon jetzt Boah, das ist so blöd Das ist so scheiße Komm jetzt Bitte ja Bitte mach doch jetzt Diesen Ding hier Okay, das war der billigste Versuch Aller Zeiten Muss ich mal selber zugeben So Das könnte jetzt was werden Oder hoffentlich mal Ich muss mich so stark konzentrieren Leute Das ist sowas von Hirnfick pur Glaubt es mir Okay, das ist wieder ein blöder Versuch Es ist schwierig zu kommentieren Und Ähm Das hier zu spälen Das ist ziemlich Schwierig, ne Das ist ein Hack Wo die gehirnenzellen Ähm Richtig bearbeiten werden müssen Das heißt Diese Zellen müssen Oh Bitte Lass es jetzt so machen Komm schon, ey Bitte Bitte Ja Was krieg ich eigentlich hin, Alter Komm Oh Baby Ey So Hier kann man erstmal Speichern Oh Mann Oh Mann So Muss man hier entlang, oder Okay Da kommt man nicht hoch Aber das ist wieder was anderes Muss man hier hoch, oder Das weiß ich überhaupt nicht Könnte eigentlich auch Theoretisch nach rechts Äh Nach links, glaube ich Ich weiß gar nicht Was dort wäre Boah Ich muss halt mal schauen Alles, ne Ich vertraue jetzt nicht so Aber hier ist auf jeden Fall Kein Toxin Das ist alles nur für eine rote Münze Okay Das ist alles für eine rote Münze Das heißt Es geht dann links lang Boah Boah Das ist so blöd Ich seh nichts Oh Oh du trägst teil Du trägst teil Okay Das krieg ich Oh ne Exit kurz Dann fick ich die Oma Alter Oma Boon dir Muss ich hier nach oben, oder Oh ja Baby Gib's mir Oh ja Baby Ey Was Ich bin da hoch Hä Was soll ich jetzt machen Boah Die Kamera spielt die überhaupt nicht mit Das ist so scheiße gemacht Das muss man so zugeben jetzt Weil die Kamera hier nicht beachtet wurde Würde ich mal so behaupten Boah Jetzt mach doch endlich Diesen scheiß verfickten Der hält sich nicht fest So ein Hurensohn Boah Macht da eigentlich einen Dreifachsprung hier wenigstens Oh mein Gott Das ist glaube ich eigentlich so einfach Es ist wirklich so einfach Wie es aussieht Das ist bestimmt so einfach Wie es aussieht Boah Der hält sich nur nicht fest Dieser Verfickte Klempner Arsch Boah So ist die Sicht Viel geiler Boom MWTF Boah Ist das ne Scheiße Boah 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 Endlich hältst du dich mal fest Du Nigger Meine Güte hier Oh Mann Nochmal diesen selben Sprung hier Nichts ist kaputt zu machen Du Trottel Du Tricks Nigger Boah Boah Oh Mann Boah Boah Bin ich so blöd Oder das zu machen Oder was Meine Güte Mach doch Dieses Scheiß Ich schwörs Ich schwörs dir Wenn ich es jetzt gleich nicht schaffe Dann raste ich aus Dann raste ich aus Ich schwörs dir Ich raste aus Ich raste aus Hab ich gesagt Mann Boah Du Scheiß Klemmt noch hier Boah Boah Wie ich überhaupt Keine Lust mehr hab Meine Güte Scheißspiel Boah Ich klatsche gleich jede Kontrolle Gegen die Wand Mann Boah Ist das scheiße gemacht worden Mann Ist das hier ne Scheiße Boah Mach doch hier Du Tricks Nigger Meine Güte Stirb doch Du fetter Klemmt Nein Alles für die Bitch oder was Für die Schlampe Streck Schlampe Alle Ich möchte sie in den Anus Ficken Jetzt will ich jetzt mal Einen schönen Blowjob Alle Schon jetzt Wäre der Bose nur 17 Sterne Hätte ich Wollte ich Würd ich Schon ein Blow Wollen Die 5 Ich brauchte schon bis Bis 16 Sterne Schon 5 Stunden Mein Gott Ich brauche 64 420 Sterne 3 Stunden Oder so Und hier brauch ich 16 Sterne Hier So 5 Stunden Oder so Boah mach doch Du Viech Ja ich Spuck hier Auf mein Laptop Hier Boah das ist so Behindert Hier Boah will er mich Verarschen Hier Geht doch Hier meine Güte Geht euch auch Mal voran Boah hier kann ich Zum Glück Unendlich stehen Das ist so Sozial gemacht Von diesem Spiel hier Das muss man Einfach so Zugeben Das ist so Sozial gemacht Brodl Meine Güte Hier So Hä Wie soll ich da jetzt hochkommen Nee Fick dich Boah wie soll denn das scheiß Boah Boah wieder zurück Hier Komm Hä Warum so wenig Leben Jetzt komm schon Heul dich voll Hier So ich brauche hier erstmal Voll Leben Volles Leben Hab ich gesagt Nochmal Voll Leben Morug Boah Zigeuner Bart Hier Was Was Boah ich kriegst das eigentlich viel schneller hin Boah mach doch jetzt deine scheiße hier du scheiß klempner hier Du scheiß klempner Mich verorschen hier Was Wie zum Teufel Was macht der scheiß klempner hier oben Boah der ist so behindert dieser klempner hier Boah Girohre verlegen man Reparatur meine Leitung Aller Reparier Äh Ja ich bin Türke Ich darf das Ja repariert Äh Oh man Reparier meine Leitung Das Spiel macht mich behindert Aller Das Spiel macht mich verrückt Ich kann kein Deutsch mehr Ich war ja der Beste in Deutsch Und das Spiel hat es mir verlernt Weil das Spiel mich so aggressiv macht Das Spiel ist so aggressiv drauf Ne ich bin aggressiv drauf Komm jetzt Wieso geht er nicht da oben Boah mach doch jetzt die scheiße hier Ja geht auch Du Nigger Oh man ist das ne scheiße hier Man Ich hab keinen Bock mehr langsam hier Ich glaub hier sitz ich auch schon 20 Minuten lang fest Obwohl es eigentlich kürzer sein sollte Boah meine Güte Hier kann ich nichts hier Auf die Reihe bekommen Boah perfekt Geh da einfach hoch jetzt Und halt die Schnauze Müssen wir mich verarschen Willst du mich jetzt verarschen Wobei hier müsste ich irgendwas machen bestimmt Was will der von mir Was will der Was soll ich denn machen Ne leck mich aber Ne hier geht's lang oder Ja hier geht's lang Meine Güte Oh man Okay das muss man wieder Mehr Schnelligkeit her Macher Ob Safe State Nein 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 Freund Was will der Perfekt Oh meine Güte Jetzt bin ich mal gut Was macht der Boah Wo ist der Stern Oh man Oh man bin ich blöd Meine Fresse War das ne Scheiße Zwei Steine wenigstens in diesem Part geschafft Meine Güte So Ciao Leute Bis zum nächsten Part Meine Freunde Bye night of doom La 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 Okay.